Das war im Stand, dass man aufpassen soll vor hohen Wellen, aber im Moment geht es. Wir sind hier übrigens am Strand von Odawara und das Wasser hier ist der Pazifik und hier geht es raus zum Meer und auf diese Seite geht es hier Richtung Odawara. Das ist eine Autobahn. Hier sind schon ein paar Häuser. Wir müssen dann nachher in die Richtung gehen. Der Strand ist ziemlich leer. Wir haben jetzt kurz nach halb zwei am Lachen. Wir müssen dann nachher in die Richtung gehen. Wir müssen dann nachher auf die Richtung gehen. Wir müssen dich auf die Richtung gehen und auf die Richtung gehen.